Herzlich willkommen zu dieser Lektion zum Thema Antisemitismus. Mein Name ist Ruth-Kathrin Laupert-Scholz von Granatapfel Kulturvermittlung. Wir machen Vermittlungsprogramm zum Judentum seit über 15 Jahren und ich selbst habe jüdische Wurzeln. Mein Name ist Edith Zitz. Ich arbeite bei der Erwachsenenbildungsorganisation INSPIRE mit Fokus auf Gender, Diversity, gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion. Ruth, was genau ist Antisemitismus? Es gibt eine allgemein anerkannte Definition von Antisemitismus von der Aira, von der International Holocaust Remembrance Alliance und diese Definition ist als Arbeitsdefinition anerkannt von der EU bzw. von den allermeisten Staaten innerhalb der EU, so auch von Österreich. Diese Definition lautet wie folgt. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Diese Definition wird auch kritisiert. Ein Gegenbeispiel dazu oder ein Alternativbeispiel ist die sogenannte Jerusalemer Erklärung vom Jahr 2021 und diese Jerusalemer Erklärung möchte stärker als die Aira-Definition differenzieren zwischen israelbezogenen Antisemitismus und einer legitimen Kritik gegenüber dem Staat Israel. Ergänzend zu dieser Aira-Definition gibt es elf verschiedene Beispiele für antisemitische Narrative und Ausdrucksweisen. Wir haben jetzt hier auf dieser Folie nicht alle elf Beispiele ausformuliert, sondern nur einige Stichworte genannt. Zum Beispiel Dämonisierung, Entmenschlichung, Doppelstandards, Weltverschwörungsanschuldigungen, Holocaustleugnung oder Verharmlosung, Aperkennung des Selbstbestimmungsrechts bzw. Anwendung antisemitischer oder antijudaistischer Symbole und Bilder und ein Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Synonym zum Begriff Antisemitismus werden oft verwandte Begriffe gebraucht. Einer davon ist Antijudaismus. Antijudaismus ist ein religiös konnotierter Antisemitismus. Es gibt zwei unterschiedliche Formen. Das eine ist der christliche Antijudaismus und das andere der muslimisch-islamisch-islamistische Antijudaismus. Dieser ist gespeist durch den christlichen Antijudaismus bzw. durch einen Antisemitismus westlich-europäischer Prägung, hat aber auch noch eine genuine muslimisch-islamische Konnotation und Prägung. Und zum Letzten gibt es noch den Begriff Antizionismus, seltener verwendet. Dazu wird der Begriff Anti-Israelismus und der, der wird verwendet, wenn man von einem israelbezogenen Antisemitismus spricht. Edith, ist Antisemitismus eine Form von Rassismus? Es gibt dazu eine internationale starke Diskussion. Die Position, die wir vertreten, ist, dass Antisemitismus und Rassismus getrennte, beide sehr problematische Phänomene sind. Antisemitismus wird sehr stark abgeleitet von einer religiösen Begründung. Rassismus wird massiv von biologischen Begründungen abgeleitet. Die Zuschreibungen der Überlegenheit gegenüber Juden und Jüdinnen oder so gelesenen Personen gehen sehr stark in Richtung übermäßiger Reichtum, Wissen. Globale Klandestinennetzwerke sind aber oft sehr widersprüchlich. Rassistische Zuschreibungen gehen ganz stark in Richtung Unterlegenheit und Minderwertigkeit und sind im Großen und Ganzen linear bzw. da sind weniger Widersprüche merkbar. Und der dritte Unterschied ist, dass es bei Juden und Jüdinnen in antisemitischen Diskursen starke Eliminationsfantasien gibt, auch mit gezielten Pogromen, also Totalvernichtungen von dieser Population. Das ist im rassistischen Kontext weniger gegeben, sehr wohl sind aber auch grausamste Herrschafts- und Unterwerfungspraktiken wahrnehmbar. Beides sind sehr, sehr problematische, diskriminierende Phänomene. Zurückzukommen jetzt auf die empirische Untermauerung von dem, was du vorher auf der begrifflichen Ebene dargestellt hast, Ruth. Es gibt unterschiedliche Zahlen, Daten, Fakten, auch mit Österreich-Bezug. Bitte würdest du diese präsentieren? Wir wollen da hier ganz kurz zeigen, wie weit verbreitet antisemitische Narrative sind bzw. wie häufig antisemitische Übergriffe vorkommen. Wir repräsentieren an dieser Stelle zwei verschiedene Statistiken. Die eine Statistik ist die Antisemitismus-Umfrage vom österreichischen Parlament vom Jahr 2022, die im Jahr 2023 präsentiert wurde. Und da hat sich wieder einmal gezeigt, wie auch schon in der Vergangenheit, dass wir in Österreich relativ konstant einen manifesten Antisemitismus von 10 bis 15 Prozent haben, beziehungsweise einen latenten Antisemitismus von 30 bis 40 Prozent. Also das ist schon eine sehr namhafte Menge an Leuten. Da werden unterschiedliche Dimensionen abgefragt von Antisemitismen, zum Beispiel eine Zustimmung zu der Aussage, beherrschen Juden, Jüdinnen die internationale Geschäftswelt oder jüdische Eliten sind für die Preissteigerungen verantwortlich. Oder auch der Holocaust, die Verbrechen des Holocaust werden überproportional dargestellt. Wir kommen hier zu einer anderen Statistik. Das ist die Statistik der Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Diese Zahlen kommen vom Jahr 2023, wurden Anfang des Jahres 2024 präsentiert. Und hier kann man den Anstieg vom antisemitischen Übergriffen sehen. Von den Jahren 2008 angefangen haben wir einen kontinuierlichen Anstieg bis zum Jahr 2023. Wobei man dazu sagen muss, dass es einerseits zu einem Anstieg gekommen ist der Übergriffe, andererseits aber auch gibt es eine erhöhte Sensibilisierung in Bezug auf dieses Thema. Und es werden mehr Fälle gemeldet als noch in früheren Jahren. Bei dieser Folie sieht man sehr gut und sehr schön den Verlauf vom Jahr 2023. Und zwar gegen Ende des Jahres, ab Oktober 2023 mit dem Übergriff der Hamas auf Israel, sind die antisemitischen Übergriffe in Österreich unglaublich angestiegen. Die nächste Folie soll visualisieren, wie vielfältig dieses Phänomen Antisemitismus ist. Wie viele verschiedene Wurzeln wir vorfinden, wie viele verschiedene Gesichter und wie viele verschiedene Ausdrucksweisen Antisemitismus haben kann. Dabei werden wir nicht auf jeden Begriff eingehen, der da hier genannt ist. Es gibt hier auf dieser Grafik zusätzlich auch eine Zeitleiste von links nach rechts. Das heißt, die linken Formen von Antisemitismus, die, die auf der linken Seite erscheinen, sind die früheren und die rechten dann eher die modernen Formen von Antisemitismus. Also ab dem Jahr Null haben wir einmal einen religiösen Antisemitismus, den Anti-Judaismus, der sich eben aufteilt in zuerst christlichen Antisemitismus oder Anti-Judaismus, später dann auch muslimisch-islamischen Antisemitismus. Der geht über in den mittelalterlichen Antisemitismus, der sich dann noch einmal im neuzeitlichen Antisemitismus ausdifferenziert, wo wir diese Phänomene des sozialen Antisemitismus, des kulturellen, des politischen Antisemitismus sehen und auch ab Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ein neu aufkommender rassischer oder rassistischer Antisemitismus. Nach der Shoah, nach dem Holocaust, haben wir neue Formen von Antisemitismus. Die haben Namen wie sekundärer Antisemitismus, Schuldabwehr- oder Erinnerungsantisemitismus oder man spricht auch von Post-Holocaust-Antisemitismus. Dieser differenziert sich in das politisch-rechte, in das politisch-linke Spektrum, aber es gibt auch einen neuen israelbezogenen Antisemitismus beziehungsweise einen Antizionismus. Wir sprechen von Kontinuitäten antisemitischer Narrative, hier ein Beispiel anhand der sogenannten Ritualmordlüge. Die Ritualmordlüge ist ein Beispiel von einem antisemitischen Narrativ, das über tausend Jahre nachverfolgt werden kann, wobei die Grunderzählung immer genau die gleiche bleibt und immer mit irgendwelchen modernen, neuen Konnotationen erzählt wird. 1144 taucht sie das erste Mal in England auf, macht dann eine Reise durch Europa, wobei immer wieder Pogrome die Folge davon waren, das heißt flächendeckende Angriffe und Ermordungen auf die lokale jüdische Bevölkerung. Eine der bekanntesten Beispiele davon ist der Simon von Trient beziehungsweise die österreichische Variante der Andel von Rhin. Das moderne Phänomen der Ritualmordlüge wäre die Erzählung der Bewegung QAnon, die vor allem im Zuge der Corona-Gegendemonstrationen von den Vereinigten Staaten auf Europa übergeschwappt ist und auch in Europa eine große Anhängerinnenschaft erlebt hat. Die ganz aktuelle Erzählung ist der Spruch Kindermörder Israel, der skandiert wird auf Pro-Palästina-Demonstrationen in westlichen Ländern auf europäischen Straßen. Nachdem dieses Phänomen Antisemitismus so weit verbreitet ist, Edith, gibt es hier Gegenmaßnahmen? Ja, es gibt Strategien gegen Antisemitismus seit dem Jahr 2021 auch eine EU-Strategie, die aus drei Blöcken besteht. Einerseits Verhütung und Bekämpfung aller Formen des Antisemitismus, auch in dieser Breite, Rot, wie du es vorher gebracht hast. Das ist ein präventiver Zugang. Dann Schutz und Förderung jüdisches Leben, jüdischen Lebens und mit Blick auf alle Personen, die Juden oder Jüdinnen sind oder so gelesen werden. Und der dritte Bereich ist Bildung, Aufklärung und Forschung zum Holocaust, zur Shoah. Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus, ein dringender denn je auf die Tagesordnung zu setzen. Ein wichtiger Grundzugang ist gegen Rede und Solidarität. Direkt in der Situation, wohlwissend, dass es da Verbündete gibt, hinausgehen in den öffentlichen Raum, zum Beispiel mit einem Lichtermeer, wo man auch ein Stück Gegenstrategie macht, indem man öffentlichen Raum einnimmt. Gedenkjahr 2025, da feiern wir einerseits 80 Jahre Ende des NS-Terrorregimes und Ende des Zweiten Weltkriegs. Und darüber hinaus wünschen wir uns Bildungsangebote, unterschiedliche Formate, die speziell auch in den Regionen stattfinden und die so ausgestaltet sind, dass sie zielgruppenspezifisch sind. Was kann man tun, wenn man mit Antisemitismus konfrontiert ist, etwas wahrnimmt oder selber erleidet? Es gibt zum Glück Meldestellen, die sieht man auf diesen Folien. Meldestellen im Sinn einer Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung. Da geht es auch um Rassismus, Sexismus, Eblismus. Bitte, da ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine wichtige Stelle. Und spezifisch zu Antisemitismus, die Antisemitismus-Weldestelle der israelitischen Kultusgemeinde der IKAG in Wien. Wir hoffen, dass wir in dieser Kürze dieses komplexe Phänomen Antisemitismus hinreichend erklären konnten, bedanken uns ganz herzlich und wünschen uns viele Verbündete und gute Kooperationen für ein friedliches, internationales und lokales Zusammenleben und im Kampf gegen Antisemitismus. Danke. Dankeschön. Danke.